...kleine Ausnahme gemacht und uns für sich nach Hause eingeladen. Wir sind UMF mit ihrer Homestory in unserem Top-Lash. Hallo, wir sind UMF und wir entführen euch heute einmal durch die niedersächsische Pampas nach Wolfsburg und Braunschweig in unsere heimatlichen Gefilde. Viel Spaß dabei. Eigentlich ist das Ganze ja noch relativ inoffiziell, aber extra für euch geben wir euch jetzt hier einen super intimen Schlüssellochblick in ein paar Akkorde des neuen Songs. Von meiner Dämonen im Leben kann ich kein Dämon erlösen. I wanna be free, just me. So, das war's jetzt erstmal fürs Erste vom Studio aus Braunschweig und jetzt schauen wir mal, was so in Wolfsburg rockt. Bis gleich. So, jetzt befinden wir uns hier in den altehrwürdigen Hallen des ersten UMF-Übungsraums. Wir haben sozusagen eine kleine Zeitreise unternommen. 1989 fing hier alles an. So, jetzt sind wir angekommen in Wolfsburg. Wenn wir aber nicht gerade im Studio sind, dann sind wir durchaus auch mal in Stimmung und in der Lage uns ein Training oder ein Fußballspiel vom Vorfeld Wolfsburg anzugucken. Alles muss verstecken sein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Augen auf, ich komme. Mit euch so ein Drehtag, das haut uns wirklich von den Socken. Also wir sind ja einiges gewohnt, aber das war wirklich zu viel für uns. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich gebe zurück an Ole. So, besten Dank, Dero.